Hinterland Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei The Long Dark. Lang ist es her. Fast zwei Jahre. The Long Dark war das erste Let's Play auf meinem Kanal, mit dem ich angefangen habe. Damals noch in der Alpha. Jetzt seit einer Woche endlich released. Die Vollversion und nun auch mit einem Story Modus, den ich jetzt gerne mal hier mit euch let's playen würde. Und mich schon sehr darauf freue. Die Sache ist, es ist zwei Jahre her. Und ich habe schon viele andere Spiele in der Zeit gespielt und ich habe überhaupt keine Ahnung mehr wie es so lief. Und überhaupt hat sich hier einiges getan. Ich habe zwischendurch mitbekommen, dass sich das Menü und alles geändert hat und haste nicht gesehen. Also werden wir quasi frisch einsteigen und ja mal gucken, ob wir da gut durchkommen oder direkt in der ersten halben Stunde kläglich unser Ende finden. Ja, gut. Ich quatsch mal nicht großartig weiter. Ich würde sagen, wir starten einfach mal los. Überlebensmodus ist das Alte. Herausforderung, keine Ahnung. Wintermute ist scheinbar die Story. Die Welt nun beginnen. Und geh nicht gelassen. Hm. Geh nicht gelassen. Okay. McKenzie und Dr. Greenwald werden getrennt, nachdem ihr Flugzeug in der nordkanadischen Wildnis abgestürzt ist. McKenzie kämpft ums Überleben und erkundet die Kleinstadt Milton, in der ihm das Ausmaß dieser stillen Apokalypse bewusst wird. Also wir sind scheinbar McKenzie, der mit dem Häschen hier, das gerade vor dem Mond rum springt. Und ich hoffe, wir haben auch schon die ganzen Sachen dabei. Ich will auch gar nicht mal hier gucken. Hier gibt es dann scheinbar fünf Episoden oder wie man das auch nennen kann. Level. Gut. Wir starten los. Gut. 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 achem. Kankzys sieht schöner aus als vorher oder hab ich zumindest so den Eindruck bunter. Wer redet denn da? Hinterland. Präsentiert. schön Polarlichte das sieht gesund aus bin ich hier bei Far Cry 2 oder was? muss ich irgendwas machen? ach so, warte mal na gut, wir einen Metallschwetter, den kann man doch... nicht unbedingt der beste Start The Long Dark, ja da sind wir noch mal und alles klar der ist ein bisschen leise ah, Kapitel 1 das Überleben des Stärkeren gut, es scheint 5 Kapitel zu geben ich check mal kurz was ist das? kann ich hier irgendwo... Sekunde mal äh, ne, das war's nicht ähm, ähm, warte mal ich muss mal checken hier ah, was haben wir denn hier? Tagebuch Lageraktionen was kann ich da machen? ich kann ein Feuer machen ich glaub ich sollte mich beeilen sonst bin ich hier gleich eingefroren Navigation du hast keine Karte okay wir haben natürlich auch keine Waffe und wir haben kein Essen im Rucksack wir haben Streichhölzer und was haben wir sonst noch so? wir haben auch keine Getränke im Rucksack so, dann ist das hier unser Rucksack okay was ist das? alles klar ein Metallschrottsplitter den wir zu einer Klinge umgewandelt haben das ist schon mal äh, nicht schlecht und wir haben hier bedürftig Kleidung ähm mhm mhm, 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 mhm okay, zumindest haben wir schon mal sowas wie ein Messer ähm, was? ist das Klauen oder was? wie sehen wir denn aus? Blutverlust äh ja toll du hast eine blutende Wunde kann ich nicht behandeln denn ich hab keine Bandagen oder was? das ist doof schläfrig trockener Mund hungrig ja, toll das fängt super an naja, gut doch, wir haben zwei Verband Bände also, wie kann ich mich hier verbinden? Sekunde mal ähm ja, dann mach doch wieso geht das nicht? Sekunde mal okay, wo sind die, wo sind die Bandagen, ne? wieso sehe ich die denn hier nicht? ach, das sind Blaupausen okay, ich dachte, ich hätte die so ein Mist nun gut, was ist noch mal hier? Werkbankschmiede okay so, wir haben also fünf Kapitel mhm Orte, Person Dinge ja, ich schaue mir vorher mal kurz das Meme an na gut dann guck ich mich hier mal um äh, wir stecken in einer Schlucht fest ja, nimm doch einfach nein nicht dein Ernst nimm den scheiß Zweig auf, Mann das kenn ich doch noch warte mal hier, was ist das? ein Karton den muss ich auch auseinander nehmen ach komm, bitte hier muss es doch warm sein, oder nicht? hier brennt es doch und wieso? wieso liegt hier nichts mehr rum? ein Karton ich nehme ihn auseinander komm wir sind vielleicht am Ende nicht dein Ernst ich glaube, ich muss schlafen oh, erste Hilfe warte, warte, warte ja ja ok sekunde erste Hilfe verband anlegen was habe ich noch? erste Hilfe Antibiotika nehm mal auf dammit wirkungslos das macht nichts ich hätte den sofort hier gucken sollen ich bin gleich am Sack Feuer Feuer spendet Wärme Wasser Essen und Schutz ok 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 ich mache ein Feuer äh ich mache Feuer Feuer machen Feuer machen Feuer machen wie kann ich das nicht äh ach du Scheiße ich glaube, ich bin gleich tot ich ähm habe ich einen Schlafsack dabei? das kann doch nicht das kann doch nicht so anfangen oh mein Gott ich fade hier gleich aus mach schon kann ich mich hier irgendwo ja kann ich mich hinlegen ok er hat sich freiwillig hingelegt oh mein Gott der Zustand ist dein Frühwarnsystem ok in der Schnellübersicht kannst du äh was in der Schnellübersicht oder dem Kreisminu wie süßt du deinen aktuellen Zustand sowie Informationen darüber wie kalt, müde, hungrig und durstig du bist hmm leere, rot markierte Werte bedeuten dass dein Zustand abnimmt sobald dein Zustand aufgebraucht ist stirbst du schön das heißt wir brauchen dringend Wasser mhm ja wir nehmen alles wie war das jetzt mit dem äh hier hab ich schon reingeguckt ne ist leer ja auch noch ich muss nur noch Futter finden na toll ähm ich mach nochmal hier so ein Lagerfeuer Zeitungspapier so und dann ähm das lief schon mal besser glaube ich aber dass hier sonst nix rumliegt mal irgendwie ne Wasserflasche oder so bei dem Absturz wenn da schon erste Hilfeset rumliegt hm zwei Minuten so eine Stunde jetzt machen wir mal hier essen ich schmelze mal Schnee das kennen wir ja noch ich hab nur gar nichts wo ich das rein machen kann abgekocht abgekocht wir schmelzen nochmal Schnee so viel wie halt geht so viel wie halt geht oh nein das wird wohl nicht reichen ich schau mal ich schau mal es kocht es geht es geht ok wir haben noch ein Zedernholz das werde ich jetzt da natürlich nicht rein machen das war falsch wo hab ich denn hier wie ging das denn nochmal so achso ich kann auch einfach das Menü benutzen so alles klar trinken ist voll Essen ist nicht so gut das kann ich auch nicht nehmen kann ich hier noch irgendwas nehmen jetzt bin ich im Rennmodus Stock Stock so weiß ich nicht kann ich Bäume essen das ist eine gute Frage ein Zweig hier ist noch ein Zweig warte nehmen wir noch achso ich muss einen Stock ok ich geh weiter oh das ist gut ne ist gar nicht gut eine Kiste Zeitung hier komm gib mir was zu essen ja sehr gut ähm hier ach man was geht's uns gut Mensch da sieht die Welt schon wieder anders aus was es entzündet sich nicht ich hab doch Antibiotika genommen oder nicht ich muss mal checken wo kann ich das nochmal gucken hier Infektionsrisiko Behandlung Schlafen oder irgendwas ist doch nicht wahr was will er hier ähm ich muss mal eben schauen 6 zünder ok hm verhindert dass ich Infektionen ausbreiten dann nimm das doch wie wieso das denn nochmal willst du mich verarschen ja so viel dazu ich glaub mir ist kalt alles klar warte wir haben Antiseptikum das ist gut nehm mal Infektionsrisiko willst du mich verarschen der kann der kann sich doch nicht hier auf der Stelle hinlegen das würde ich auch mal behaupten mir ist mir ist fucking kalt man Sekunde mal ja nehmen wir warum echt nicht warum nicht ich glaube doch kriegen wir schon hin mann 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 hier ich sammle einfach alles ein das wir hier so finden können alter hör auf wir legen uns hin wir legen uns ja sofort hin mann wir legen uns ja sofort hin mann guck mal hier sind ganz viele Bücher das ist ein guck mal hier so Ja, ein Rinder, okay. Noch mehr Zedernholz. Muss das jetzt reichen, Mann. So, ich mach jetzt mal hier, äh, Feuer. Wir haben keinen Brennstoff. 300 Minuten, 19 Minuten, 8 Minuten, Stunde. Na, guck mal. Wir schauen mal. Ordentliches Feuer machen. Ich weiß gar nicht, ich hab ja überhaupt keinen Schlafsack, wie ich jetzt hier schlafen soll, ob es jetzt hier automatisch geht, also... Ähm, in der Alfa braucht man da eigentlich mal einen Schlafsack für. Vielleicht kriegt das auch in dem... Äh... Fackel nehmen. Wir hauen einfach alles rein. So, das ist gut. Und nun? Würde ich mich gern schlafen legen. Wie geht das? Tagbuch. Aha, aha, aha. Das ist schön, wir haben das, äh... Alles klar. Okay. Tag 4. Ja.